Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Miepel King und unserem Podcast All About Bread von der Casting Couch. Heute mit extra viel Flüssigkeit, also Red Bull habe ich dabei. Ansonsten, ja, letzte Woche gab es keinen Podcast. Ich glaube, das werden wir jetzt auch öfter mal so machen, dass wir vielleicht einfach mal eine Woche auslassen, wirklich. Ja, also es nimmt auch ein bisschen Druck raus, muss man sagen, weil wenn so viele Videos irgendwie anstehen auf der Casting Couch, dann ist es eigentlich ganz geil, wenn man einfach mal sagt, gut, diese Woche keinen Podcast, dann können wir uns auf etwas anderes konzentrieren und dann haben wir am nächsten Podcast, denke ich, auch einfach immer ein bisschen mehr zu erzählen. Ich glaube, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, er hat einfach dann mehr Wert und vielleicht kommt da noch einfach alle zwei Wochen am Donnerstag ein Video, weil wir haben jetzt auch noch so viele Videos, die wir posten müssen, dass das sicherlich... Wir wissen, hört es übertrieben an, aber wir haben sehr viel Content, den wir gerade erstellen, sagen wir mal so. Genau, wir kommen vom Prinzip her gar nicht hinterher und dann müssen wir den ja auch irgendwo rauspulbern. Das Wichtigste zuerst und zwar läuft morgen, also wenn ihr das hört, quasi gestern ist die Aktion ausgelaufen, die Spiel für den Regenwald und da konnten oder konntet ihr euch mit dem Verkauf eines Brettspiels dann daran beteiligen und einfach für den Erhalt des Regenwaldes Geld spenden, eine Aktion, die wir vor 30 Tagen gestartet haben. Sie läuft aus und stand jetzt in diesem Moment sind 750 Euro und vielen, vielen Dank für alle, die da mitgespendet haben, die da mitgewirkt haben. 750 Euro, finde ich, ist schon eine stolze Summe. Auf jeden Fall. Wir haben stand jetzt, ach shit, kann ich gerade nicht sehen, ich glaube 21 Spender, habe ich vorhin gesagt, ne? 21 Leute haben mitgemacht, finde ich klasse. Vielen, vielen Dank und ich meine, es sind immerhin 750 Euro mehr, die dem Erhalt des Regenwaldes zugutekommen wie ohne die Aktion und von daher... Definitiv, da möchte ich jetzt auch, wenn das natürlich jetzt in ganz anderen Dimensionen sind, möchte ich ganz kurz mal eine Aktion erwähnen, die letzte Woche passiert ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Seven vs. Wild verfolgt. Da gibt es Robert Mark Lehmann, heißt der Gude, der ist Biologe und der macht immer Reactions da drauf. Und da hat er auf die Folge reagiert, wo es um diese Haie, wo diese Haiköpfe da rumlagen. Und spontan, da waren glaube ich 35.000 Leute im Chat, die es geguckt haben, die Reaction. Und da hat einer gesagt, Leute, wenn wir jetzt hier alle zwei Euro einfach hier da rein spenden, kriegen wir 70.000 Euro für den Tierschutz zusammen, für die Haie und so. Also innerhalb von den nächsten drei Stunden sind 100.000 Euro reingegangen. Krass. Das finde ich einfach nur, also verrückt, was da von so einer fixen Idee, der hat auch, also ich war tatsächlich dann auch gerade live mit dabei, war verrückt, wie da die, also ich habe mich auch mit, weiß nicht, fünf Euro mit beteiligt da dran. Einfach weil ich, das war wirklich eine krasse Aktion. Das finde ich wieder interessant. Da haben wir auch ganz viel geschrieben, ich habe den Glauben an die Menschheit wiederbekommen. Durch so eine Aktion hast du durchgemerkt, alle haben sich beteiligt. Der Chat, der ging nur noch durch, überall kamen Spenden rein und da will er jetzt demnächst sagen, was er damit genau macht. Er ist halt super viel Geld zusammengekommen, also super cool, dass da so eine Aktion dann auch spontan war. Es muss ja nicht mal lang geplant sein. Da wirken jetzt die 750 Euro klein, aber grundsätzlich trotzdem egal. Jeder Euro hilft. Jeder Euro hilft und es ist halt cool, wenn so eine Aktion auch einfach mal spontan anstehen oder auch lang geplant sind. Also cool, dass so viele Leute mitgemacht haben. Auch wenn es jetzt 21 klickt, nicht viel, aber 750 Euro sind 750 Euro. Mehr oder, also die hätte es vorher für den Regenwald nicht gegeben, aber wie bei dem Video, wenn der Hype-Train dann erstmal fährt, dann ist das halt gut. Man muss die Leute schnell abholen. Es muss einfach sein, es muss sofort sein und man darf es halt nicht auf die lange Bank hinausschieben. Man hat ja auch gemerkt, als wir es nochmal angesprochen haben mit der Spende, wie dann einfach mal zwei Tage später dann insgesamt nochmal fast zehn Spenden reingekommen sind. Man muss die Leute dann daran erinnern. Aber man sagt ja nicht umsonst, wenn du etwas Wichtiges tun willst, tu es in den ersten 72 Stunden. Ansonsten wirst du es nicht mehr tun. Das ist halt einfach so, weil danach schiebt man es zu weit hinten hinaus und entweder man macht es halt gleich oder man lässt es bleiben. Gehen wir direkt in die News-Section. Da fehlt mir noch keinen kleinen Einspieler, da wollten wir uns eigentlich mal ransetzen. Das müssen wir mal machen. Und heute, die erste News ist, vorgestern ist ein Kickstarter live gegangen und zwar Duke and Danger. Da gab es auch ein Video von uns dazu. Wo wir schon mal bei Tierschutz sind. Wo wir schon mal bei Tierschutz sind, passt gerade gut dazu. Schaut da gerne mal in das Video rein. Anika und mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt schon mehrere Leute gehört, also auch beim Video gesehen, dass wir gesagt haben, die Mechanik fanden sie gar nicht eingängig. Man muss natürlich sagen, uns wurde das vom Designer erklärt, von Noel. Da hat man richtig gemerkt, wie er dafür brennt und der hat das super gut erklärt. Und das Spiel ist eigentlich relativ einfach. Und da finde ich es komisch, dass mehrere geschrieben haben, dass sie die Regeln irgendwie so kompliziert finden. Aber schaut es euch gerne mal an. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Stichbild. Selbst wenn ihr nicht auf Stichbild steht, wie es bei uns eigentlich der Fall ist, ist es auf jeden Fall was, was man sich mal angucken kann. Er setzt sich für die Dukes ein. Das sind Red Shank Dukes in Vietnam. Da war er auch schon eine unterstützte Organisation. Das möchte er auch mit diesem Projekt tun. Und das ganze Spiel wird auch klimaneutral in Europa gefertigt, produziert. Sodass jetzt nicht irgendwie so Container oder so hohen und hergeschöpft werden müssen, wenn ihr das Spiel hier erwerben wollt. Wir verlinken die Kickstarter-Kampagne mal unten unter dem Video. Und mit dem Kauf des Spiels unterstützt ihr aktiv die Rettung der Dukes. Genau, das darf er so aber nicht im Kickstarter sagen, hat er nochmal gesagt. Das ist halt bei Kickstarter einfach nicht erlaubt. Man darf zu keiner Spendenaktion aufrufen. Auch wenn man ja immer Geld spendet, um ein Spiel zu bekommen. Aber dann habt ihr das hier mal gehört. Das wird auch überall so kommuniziert. Es steht nur nicht offiziell auf der Seite drauf. Und die sind auch sehr clever. Die haben auch so dieses Keep It Simple und machen halt auf einer Karte im Spiel, gibt es halt direkt einen QR-Code, über den man dann quasi sagen könnte, okay, der, der verloren hat und diese Karte am Ende hat oder bekommt. Der muss 100 Euro spenden. Der kann da halt direkt draufgehen und muss 100 Euro spenden. Genau. Finde ich sehr, sehr cool. Gordon hat mir Duke Kids mitgebracht, das ist auch von denen. Das ist ein Memory-Spiel für Kinder ab drei steht, glaube ich, drauf. Ab drei steht drauf. Und wir haben es jetzt mit Sam gespielt. Der ist jetzt halt vier. Also, oder wird jetzt nächste Woche vier. Hat einen ganz witzigen Kniff halt mit drin, dass zwischen diesen Memory-Plättchen werden Ranger versteckt und Fallen. Und wenn ihr Affen mit Fallen aufdeckt, dann werden die Affen eingesperrt. Und wenn ihr zwei Ranger aufdeckt, dann könnt ihr einen Affen wieder befreien. Wenn ihr einen Ranger und eine Falle aufdeckt, dann wird die Falle halt entschärft von dem Ranger. Und so versucht man halt, dass wenig wie möglich Affen am Ende eingesperrt sind in Fallen und versucht halt, die Affen damit zu retten. Es ist und bleibt ein Memory-Spiel. Allerdings spielt man dieses hier kooperativ. Und das hat so ein ganz anderes Spielgefühl, finde ich, wenn man mit seinem Kind da sitzt und zusammen überlegt, weißt du noch, wo der und der Affe war oder weißt du noch, wo das war? Ich glaube, sobald das Kind halt sechs, sieben Jahre alt ist, dann zündet das halt gar nicht. Aber für einen Drei- oder Vierjährigen ist das ein richtig cooles Spiel. Und es macht mir auch total viel Spaß. Mal abwechslung zu Mensch, ärgere dich nicht. Oder dem normalen Memory, wo das Kind dann vielleicht auch mal rumjammert, wenn man sich was wegnimmt. Hier ist es richtig cool, wenn man zusammen so einen Affen befreit. Das ist nur ein kleiner Kniff. Aber ich finde ihn sehr, sehr schön. Uns macht das Spiel extrem viel Spaß. Coole Sache. Also geht halt um Affen befreien. Wie übrigens habe ich eben nicht gesagt, bei Duke in Danger geht es auch darum, Affen zu befreien. Thematisch in einem Stichspiel. Also das habe ich noch nicht erwähnt gehabt. Bleiben wir gleich bei Kickstarter. Und zwar haben wir gestern Night Parade. Irgendwas mit Off the 100 Yo-Kai. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ach tatsächlich, das ist es auch schon. Night Parade Off the 100 Yo-Kai gespielt. Ein Spiel von Louis Brü. Das war total witzig. Du warst ja gestern noch nicht dabei. Heißt der eigentlich Brü oder Brü? Was sage ich dir jetzt? Okay. War total witzig. Wir haben gestern mit dem Louis Brü, seines Zeichens aktuell Kanadier, er lebt seit zehn Jahren in Kanada. Und von ihm ist auch Keep the Heroes Out. Und Night Parade kam vor anderthalb Jahren, glaube ich, kam der erste Kickstarter. Das ist mit 70.000 ungefähr durchgegangen. Und jetzt kommt die Erweiterung zu dem Spiel. Und wir haben gestern Abend mit ihm gemeinsam eine Runde gespielt und haben uns seine neue Erweiterung angeguckt zu Night Parade. Wir waren komplett unerfahren. Wir haben Night Parade noch gar nicht gespielt gehabt. Und so hatten wir die Chance, da komplett frisch ranzugehen und mal die Erweiterung zu testen. Am Anfang kam halt die Frage, wie ist dein Name? Wie heißt du? Er hat irgendwie auch zwei Vornamen oder so. Also das war halt von der Aussprache her, ich habe es nicht so richtig verstanden. Also er ist gebürtiger Brasilianer. Brasilianer, ja. Er hat das dann erklärt. Und er meinte dann, in German they say Brü. Aber er hat es komplett anders ausgesprochen. Ah, okay. I think my German name is Brü. Geil. War nicht schlecht. War sehr gut. Hat er sich aber anscheinend mit abgefunden. Das erinnert mich so ein bisschen an Hammy Cuisine, ein vietnamesisches Restaurant hier bei uns um die Ecke. Wir haben da mal mit einer gesprochen, die da bewirtet hat. Die konnte schon ziemlich gut Deutsch und die hieß Hannah. Und wir haben sie gefragt, ob sie denn wirklich Hannah heißt oder ob sie sich das jetzt so als deutschen Namen ausgedacht hat, weil wir zu doof sind, ihren auszusprechen. Und dann hat sie uns erklärt, ja, ist sie. Und hat uns ihren richtigen Namen gesagt. Also für mich habe ich das so wiederholt, wie sie das gesagt hat. Sie hat irgendwie so, angang, angang, irgendwie so hat sie gesagt. Und ich habe das so versucht zu wiederholen. Wir haben das dann drei, vier Mal gemacht. Sie hat mich immer wieder korrigiert und ich habe es anscheinend nicht hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bleiben wir bei Hannah. Ja, einfach komplett andere Aussprache. Das ist halt dann interessant. Aber interessant, dass sie sich dann wirklich schon einfach gesagt hat, gut, ich habe jetzt einfach einen Namen, den alle Deutschen aussprechen können, weil es halt einfach nicht funktioniert. Das ist halt anscheinend mein deutscher Name. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn die halt Martin oder so sagen im Englischen. Dann ist das halt so. Also irgendwann fühlt man sich dann schon angesprochen. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gespielt, haben die neue Erweiterung ausprobiert. Und wir hatten, wie gesagt, gar keine Ahnung von Night Parade. Und ich fand es cool. Also es ist halt wie Keep the Heroes Out, womit wir wieder bei Keep It Simple sind. Es ist einfach. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Ihr habt halt einfach drei Reihen, in die ihr Figuren platzieren könnt, die ihr erwerbt. Und ihr könnt jede Runde immer nur eine dieser drei Reihen aktivieren und dann passiert da was. Ihr könnt aber nicht die Reihe aktivieren, die ihr in der Runde davor aktiviert habt. Das heißt, ihr solltet schon immer gucken, dass ihr mindestens zwei Reihen gut ausstattet. Und er hat sich aus meiner Sicht einen sehr, sehr coolen Kniff einfallen lassen, womit er die schlechtere Reihe halt auch noch ein bisschen pusht. Also ich könnte mir vorstellen, dass halt im Base Game, genau, in der neuen Erweiterung, im Base Game, dass man dann vielleicht gesagt hat, okay, ich konzentriere mich auf zwei Reihen von den dreien. Und er hat sich jetzt aber was einfallen lassen. Ihr habt so ein neues Spirit und es kommt ein extra Track dazu, auf dem könnt ihr hochlaufen. Aber nur, wenn ihr dieses Spirit benutzt. Und diese Spirit-Karte rutscht nach Benutzung immer in die Reihe mit den wenigsten Karten. Das heißt, wenn ihr wirklich nur zwei Reihen pusht und die Reihe mit den wenigsten Karten halt einfach gar nicht benutzt, dann rutscht ihr auf diesem Spirit-Track nicht hoch. Das kann spielentscheidend sein, wenn man da oben kommt. Definitiv. Und ganz interessant ist bei diesem Track auch, dass ihr, ihr könnt ganz normal nach oben laufen. Da gibt es eine Spezialfähigkeit, die man sich nehmen könnte oder Punkte, wie auch immer. Man kann aber auf dem Peck auch wieder runterlaufen, wenn man halt gerade nach oben laufen will. Da ist aber eigentlich nicht das Symbol, was man braucht, sondern nach unten ist das Symbol, was man braucht. Dann überlegt man schon, will ich eigentlich nach oben laufen und mir dieses Tier da oben holen oder die Siegpunkte? Oder möchte ich jetzt lieber nochmal zur Seite oder nach unten gehen, weil ich jetzt genau diese eine Funktion brauche? Das fand ich ganz interessant. Also das ist wirklich eine coole Edition dazu. Zumal du auf diesem, entweder du lässt deine Figur auf dem Extra-Track und kannst da immer wieder Ressourcen einsammeln. Oder wenn du ganz oben angekommen bist, dann kriegst du die Figur und kannst sie auf dem Mainboard platzieren. Dann kriegst du zwar diese Spezialressourcen nicht mehr, hast aber einen Worker mehr, den du, oder Worker-Placement ist es ja nicht so richtig, aber eine Figur, die du, Area-Control ist es im Prinzip. Das ist ein Area-Control-Spiel, genau. Ihr spielt alle gegeneinander und es gibt so ein Grid, also mit verschiedenen Karten, auf dem ihr eure Figuren platziert und wenn ihr auf bestimmten Feldern eine bestimmte Anzahl von Figuren platziert habt, dann dürft ihr da einen Tempel hinstellen. Und wenn ihr alle Tempel platziert habt, dann endet das Spiel und dann hat halt der mit den meisten Punkten gewonnen. Dann gibt es noch so ein paar Mini-Bedingungen. Die Fraktionen sind alle asymmetrisch. Fand ich ganz cool, ganz kurz thematisch, dass es so Geister sind und dann der Tempel gebaut wird, wenn genug Geister gesichtet wurden. Fand ich nur ganz interessant, als er das erzählt hat. Fand ich wieder so thematisch, ist immer witzig, wenn so, wenn was dahinter steht, fand ich ganz lustig. Der hat sich da anscheinend auch wirklich mit beschäftigt, ne? Ja, alle Spirits, die auf den Karten drauf sind, die hat er auch aus irgendeiner Glaubensrichtung rausgenommen und hat die da halt eingepflegt. Und das ist schon sehr interessant, muss man sagen. Und ich fand es auch recht abwechslungsreich. Auch wenn es eigentlich wieder nicht viele Symbole gab, aber es hat trotzdem, die Fraktionen sind so unterschiedlich, dass du die verschiedenen spielen musst, ne? Also Gordon war halt so Spirits rausklatschen aus Feldern, der konnte schlagen. Ich konnte sehr viele kleine erzeugen. Jan hat die Frösche gespielt, der konnte sehr viele große Spirits rufen. Und Luis hat die Katzen gespielt, die sind extrem mobil und schnell unterwegs, was ein ganz schöner Vorteil dann auf diesem Feld ist, wenn man die gut platziert. Ja, war interessant. Ich fand es richtig gut. Schaut mal rein bei Night Parade of the Hundred Yo-Kai. Wird jetzt schon online sein, wenn wir darüber reden. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Also wer dieses Artwork mag und sagt, keep the heroes out, war meins. Ich hätte gerne so dasselbe Spielgefühl, nicht wirklich komplexer, aber gegeneinander. Der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Und Artwork und alles ist selber gemacht von ihm. Megageil. Also da werdet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was von uns hören zu Luis Brü, Brü Games. Außergewöhnlich wenig Siegpunkte gibt es in dem Spiel. Fand ich interessant. Also wir hatten am Ende 6, 8, 10 und 12 Siegpunkte. Also das klingt einfach nicht viel. Das ist wirklich... Ist aber auch angenehm, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht so viel gerechnet. Da musst du wirklich genau gucken, wie kann ich jetzt... Also ein Punkt ist einfach schon sehr viel in dem Spiel. Also es ist jetzt nicht so 100 Punkte, sondern da muss man wirklich jeden Punkt wohlüberlegt sich irgendwie erspielen. Man muss ja nicht immer 100 Mal ums Bord rumrennen. Ja, richtig. Ja. Dann kommen wir noch zu anderen News. Gehen wir mal im Schnelldurchlauf hier durch. Und zwar Nemesis Lockdown ist jetzt in den Handel gekommen. Für nur 160 Euro könnt ihr euch dieses Vergnügen gönnen. Ach, das war der Handelspreis, den du eben gesagt hast. Ich dachte irgendwie so online irgendjemand bietet das an. Das ist der normale Preis. Der Handelpreis. 160 Euro. Okay, das ist krass. So, dann gibt es aktuell auf Kickstarter eine Kampagne zu Elden Ring. Und da wollte ich einfach nur noch mal was zu sagen. Also wer Elden Ring total geil findet und sich überlegt hat, ich will eine Kickstarter-Kampagne dazu haben, der hat jetzt die Chance. Die Kampagne geht noch, stand jetzt gerade. Ach, drei Tage. Also wenn ihr das hört habt, ja eigentlich nur noch einen Tag, um reinzugehen. Da heißt es sofort reagieren. Die sind bei 2,6 Millionen Euro. Es ist von Steamforge Games. Also mir ist irgendwie so ein bisschen unklar. Also die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie richtig gute Spiele machen. Die haben das Resident Evil Spiel rausgebracht. Das war so Lala. Also es gibt halt immer Leute, die es, klar, es gibt immer Leute, die irgendwas gut finden. Die haben das Dark Souls Spiel rausgebracht. Da gibt es ja nur wirklich eine ganz kleine Gemeinde, die sagt, die finden es cool. Der Großteil der Leute hat gesagt, schönes Grindfest, was zu nichts führt und machst immer das Gleiche, um dann am Ende den Boss zu legen. Und danach machst du wieder immer das Gleiche. Also schön langweilig. Dann haben sie auch Horizon Zero Dawn gebracht. Ach, die Figuren sahen mega aus. Also Leute, die die bemalt haben, haben gesagt, dafür was... Aussehen-Taktoren taten die Sachen immer geil. Das muss man ja sagen. Ja, aber es ist fast so ein bisschen wie Seaman. Also geile Figuren machen können, aber das Spiel dahinter hat halt wenig Substanz. Und von Horizon spricht halt auch niemand. Also dafür, dass die Figuren so gut aussahen. Ab und zu wurde es mal verkauft. Es ist halt, glaube ich, auch mit zwei Millionen oder so rausgegangen. Aber es hat keiner ein Wort darüber verloren. Niemand. Also die machen halt, die machen keine guten Spiele. Die nehmen sich halt irgendeinen... Ich finde es verrückt, dass es immer funktioniert. Mich würde mal interessieren, was die da immer so für die Lizenzkosten zahlen müssen und was dann dabei rumkommt. Weil schon wieder, also 2,4 Millionen ist ja dann doch schon eine Menge Geld. Und mit den anderen Spielen, wo diese krassen Lizenzen da waren, haben sie auch mal so viel Kohle gemacht. Es funktioniert immer. Also es funktioniert immer. Ich verstehe aber nicht, wenn jedes Mal das Spiel eigentlich nicht so geil ist, wie das immer wieder funktioniert. Sind die einfach die Leute so gehypt, dass die sagen, oh, Elden Ring ist so geil. Ich brauche jetzt ein Spiel, was das macht. Oder die Figuren sehen so Hammer aus. Ich weiß nicht. Mich hat es überhaupt nicht angesprochen. Aber gut, ich bin auch kein Elden Ring Fan oder so. Deswegen, weiß ich nicht, kann ich es nicht so richtig einschätzen. Aber nee, ich lasse mich gerne alles besser simulieren. Wenn in zwei Jahren, wenn es ausgeliefert wird oder weiß ich nicht, in einem oder so, alle sagen, oh, ein krankes Spiel, dann bitte. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Kommt wieder mit 30 Paketen und am Ende, ja, nee, egal. Die Spiele-Schmiede legt jetzt auch die neue Destinies-Erweiterung Hexenforst auf Deutsch auf. Also die aktuelle Kampagne läuft. 24.000 wurden schon eingesammelt von 20.000 Benötigten. Also finanziert ist es. Geht noch 36 Tage, Stand jetzt. Also wer das Spiel Destinies gut findet, einfach mal bei der Spiele-Schmiede reinschauen. So, das hatten wir, das hatten wir. Wir wollten noch mal ganz kurz zu Chip Theory Games was sagen. Oder wo wir gerade bei Elden Ring waren. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Du hast noch was anderes. Meine guckt auf seinem PC nicht, dass ihr euch wundert, warum er so komisch ... Genau. Warum ich so ... Ja, genau. Ich habe mir da die News aufgemacht. Wir haben jetzt die ... Also ich glaube, die ist jetzt frisch rausgekommen für The Loop. Die zweite Erweiterung haben Franzi und ich jetzt probiert mit den zwei neuen Figuren. Einmal Radarkatz der Weise. Und wirklich ist eine Katze, ja. Geil, okay. Und dann so ein Hund noch dazu. Ja, ist ganz niedlich. So richtig den Wert der zwei neuen Figuren habe ich noch nicht erkannt. Wir werden auch zeitnah mal die andere Erweiterung testen. Die etwas größere, die noch einen eigenen Spielmodus richtig mit sich bringt. Und alles, die zwei zusätzlichen Figuren hätte es jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt gebraucht. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Also wir haben es auch am Wochenende mit einem Kumpel gespielt. Und er hat auch gesagt, das sind überraschend wenig Regeln. Finde ich mal ganz angenehm. Und haben dann mit ihm gespielt und er hat eigentlich kaum Fragen gestellt. Und hat am Ende gemeint, ja, hat Spaß gemacht. Also war cool. Ja, es ist witzig, dass sich das bei uns langsam so allen ... Also überraschend wenig Wege gefällt uns gut. Haben wir so in letzter Zeit auch gehört. Hat mit Martin Fynn auch wieder drüber gesprochen. Interessant. Also im Moment haben wir eher so lieber weniger Regeln. Dann komplex durch die Spielmechaniken, die man sonst noch machen kann. Aber nicht, dass es in sich so bei der Regelerklärung schon eine Stunde braucht. Sondern lieber ein bisschen einfache Regeln und dann mehr überlegen, während man irgendwas Bestimmtes machen muss. Das ist bei uns zumindest im Moment gerade so eher der Trend. Ja, ich glaube, da werden wir uns auch immer mehr hinentwickeln. Weil ich auch einfach merke, muss denn so ein Lacerda-Spiel, die Spielerinteraktion ist mäßig in diesen Spielen. Man kann sich halt ein, zwei Spots wegnehmen. Aber ansonsten ist sie mäßig. Sie versuchen das Spiel aber künstlich komplex zu machen, indem sie es aufblasen bis zum Get No. Ich kann nur, wenn ich dann, wenn ich, wenn ich. Und dann gibt es andere Spiele, die einfach komplex dadurch werden, dass die Spielerinteraktion relativ hoch ist. Weil du ja überlegen musst, was könnte der andere tun, um mich jetzt zu gefährden. Ich habe halt bei Night Parade auch dann versucht, später im Spiel darauf zu achten, welche Fraktion kann Gordon als nächstes aktivieren von seinen drei, die er hat. Einfach damit du weißt, okay, wenn ich mich jetzt da reinstelle, kann Gordon das nächste Runde aktivieren. Dann kommt er da auch rein und haut mich einfach. Kann er das? Kann er das nicht? Das ist dann was, wo ich sage, da kommt Komplexität zustande, indem man guckt, was die anderen Spieler machen. Und nicht, weil man das Spiel künstlich bis sonst wo aufgeblasen hat und noch 3000 Mechaniken reingepackt hat. Und das gefällt mir mittlerweile echt viel, viel besser. Stimme ich dir voll zu. Also ist bei mir schon sehr länger so. Jetzt haben wir ja wieder letztens auch darüber geredet, bei so einem Machine. Regeln habe ich ja im letzten Podcast auch gesagt. Genau das ist der Fall. Du hast das Gefühl, da werden einfach, das ist bestimmt kein schlechtes Spiel. Das sage ich nicht. Aber es sind wieder tausend Regeln, wo du gefühlt eigentlich, du hast ja wie gesagt so ein kleines Heftchen als Spieler, wie heißt das, Spielerhilfe. Da habe ich so, ey, es gibt auch Grenzen, wo ich dann denke, ich will ja dann nicht, dass es in Arbeit ausartet, sondern ich möchte ja was spielen. Ich möchte ja Spaß haben und jetzt nicht gefühlt eine Klausur schreiben, während ich da so ein Spiel spiele. So fühlt es sich aber mittlerweile fast an. Ja, ist echt so, ja. Ja, du wolltest noch was ansprechen und dann habe ich noch was Kleines. Genau, dann einmal ganz kurz, weil wir ja eben gesagt haben, so eine Marke wird da wieder benutzt. Ship Theory Games bringt ja, die haben das erste Kampagnen-Update, was noch vor der Kampagne jetzt quasi rauskam, gepostet. Das ist, wie heißt es bei denen? Heißt es bei den Elder Scrolls? Ja. Ich glaube, ja. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie die es machen, weil ich denke, da haben sie ja die IP auch gekauft, also nicht gekauft, die Arbeit mit denen zusammen haben sie in ihrem ersten Update geschrieben. Die haben auch schon so ein bisschen geschrieben, wo drin es darum gehen soll. Aber grundsätzlich halt wieder bei denen Chips und Neoprenmatten wird als Spielmaterial auch wieder da benutzt. Und da bin ich gespannt, wie das ankommen wird, weil dieses Elden Ring zum Beispiel, da siehst du wieder tausend Mini, sieht total krass aus. Und da bin ich gespannt, was die denn die Leute auch so dazu sagen, die denn wirklich zum Beispiel von Chip Zero Games noch nicht groß was gehört haben, jetzt nur darauf aufmerksam werden, weil es ein Spiel über Elder Scrolls gibt. Und dann halt, ob die auch so erfolgreich werden oder ob das trotzdem relativ nischig bleibt. Aber Elder Scrolls ist nicht Elden Ring, ne? Nee, nee, das ist klar. Es ist ja aber trotzdem eine große IP, meine ich, dass das nicht das Gleiche ist. Nur nochmal klarstellen, dass wir nicht doof sind hier. Also es ist auch nicht dieselbe IP. Das weiß ich sogar. Das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem ja was Großes, was in den letzten Jahren, oder gut, das ist jetzt schon ein bisschen älter bei Elder Scrolls, wo das, wie hieß das? Skyrim. Skyrim, genau, Skyrim, was da extrem erfolgreich war. Und deswegen finde ich, ja mal schauen, ich bin einfach super gespannt, was da passieren wird. Sie haben schon gesagt, es wird auch von Too Many Bones, das Spiel von Chip Zero Games. Da werden so Charakterentwicklungen mit reinbringen, aber auch erkunden. Aber da sind sie gerade noch voll in der Entwicklung. Und ich bin da tatsächlich, also ich würde mir das sehr gerne mal anschauen, obwohl ich dieses PC-Spiel zum Beispiel gar nicht gespielt habe. Aber gut, du bist ja ein großer Gypsy-Ri-Games-Fan. Ich bin Fanboy, muss man auch schon sagen. Ich bin, glaube ich, schon Fanboy von Chip Zero Games, deswegen gucke ich mir alles an, was die machen. Kann ich auch einfach ehrlich mal sagen, weil bisher hat mir eigentlich alles gefallen. Aber das sind teilweise Sachen auch sehr komplex. Deswegen mal schauen, was das bei dem Spiel wird. Aber es kommt ja bestimmt, könnte ich mir vorstellen, auf Deutsch raus. Also Frosted Games war ja jetzt dabei bei dem letzten Kampagne zum ersten Mal, auch nativ, bei 20 Strong, was sie rausgebracht haben. Deswegen hoffe ich, dass die auch bei Elden Ring, jetzt sage ich schon Elden Ring, dass die bei dem Elden Scrolls dabei sind. Und dann schauen wir uns das mal an, weil auf Deutsch ist es, glaube ich, eine ganze Ecke leichter, als wenn du alles immer auf Englisch da drin hast. Ja. Gut, ich würde die News-Section abrunden mit einer News, die uns als Kanal betrifft. Und zwar haben wir mit einem Verlag gesprochen. Also normalerweise sagen wir so eine Sache ja immer offen. Will ich jetzt aber an der Stelle nicht tun. Ich will einfach nur mal so eine Mentalität teilen, die von dem Verlag an den Tag gelegt wird. Ach so, ja, okay. Das ist mir einfach wichtig, weil das finde ich nicht in Ordnung und das will ich einfach mal hier sagen dürfen. Aber zumal haben wir mit einem Verlag gesprochen und haben dem unsere Dienste angeboten, haben gesagt, was wir alles anbieten, 100 Sekunden Videos, Regelvideos, was wir alles so machen und haben gesagt, wir würden gerne mit euch professionell zusammenarbeiten. Und dann haben die uns gesagt, Moment, wir haben noch nie für ein Video Geld bezahlt, für gar kein Video und wer hat noch nicht vor, damit jetzt anzufangen. Und ich habe mal kurz nachgefragt, naja, ihr nächstes größeres Spiel, was rauskommt, haben sich auch schon wieder so viele andere Kanäle angemeldet, die umsonst Content dafür produzieren wollen, dass sie gar nicht wissen, welchem Kanal sie überhaupt ein Exemplar zuschicken sollen, weil sie haben gar nicht so viele Exemplare, wie sich Kanäle gemeldet haben. Und deswegen sehen sie auch nicht ein, warum sie dafür auch nur 1 Euro bezahlen sollten. Das fand ich krass, okay, also mit einer ehrlichen Meinung kann ich umgehen. Grundsätzlich ja. Also weiß ich nicht, ob ich das anders machen würde, wenn ich in der Situation wäre, dass die Leute mir die Bude einrennen und kostenlos für mich arbeiten wollen, dass ich sage, nein, halt, stopp, ich will euch bezahlen. Grundsätzlich habe ich mit dieser Mentalität aber ein Problem. Das sind für mich dieselben Leute, die ein halbes Jahr lang ein Handyspiel spielen und dann aber völlig empört sagen, ich zahle doch nicht Geld für ein Handyspiel. Ich sage, du nutzt das doch aber schon ein halbes Jahr. Ja, und? Das ist doch immer nur ein Handyspiel, du hast doch kein Geld für. Wo ich mir dann, also ich habe, wenn ich ein Handyspiel einen Monat gespielt habe, durchgängig, dann habe ich immer mindestens einen Fünfer reingehauen. Ja, mein Gott, dann habe ich mir halt irgend so ein Paket gekauft mit so einem kleinen Schwert drin oder irgendwelchem Gold oder das war für mich einfach der Beitrag dafür, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Weil ganz ehrlich, jeder will ja für seine Arbeit bezahlt werden oder habe ich was falsch verstanden? Und wenn ich ein Handyspiel einen Monat lang spiele, dann hat jemand dran gearbeitet, die entwickeln das weiter, die hauen da Updates rein, die machen und tun. Also bezahle ich auch dafür. Und mit dem Verlag, mit dem wir da gesprochen haben, da denke ich auch, also die machen das hauptberuflich, die werden dafür bezahlt, aber sind, sagen, nö, naja, wieso sollten wir da Leute für bezahlen? Also ich meine, ihr werdet doch auch bezahlt. Warum ist es für euch nicht okay, wenn man andere bezahlt? Und dann muss ich auch ganz ehrlich fragen, welchen Dachschaden denn andere Kanäle haben, die teilweise Zehntausende von Abonnenten haben und für alle kostenlos permanent Content produzieren. Wenn alle von denen, also wenn die obersten zehn Kanäle einfach sagen würden, nein, das kostet ab jetzt Summe X, dann würden sich aber einige Verlage ganz schön auf die Seite drehen, dass sie auf einmal für Werbung, das ist nichts anderes als Werbung, Geld bezahlen müssen, was total normal ist in dem Business und ich verstehe es nicht, wie die ganzen Kanäle dann sagen können, boah ja, wir wollen da unbedingt kostenlos für Content machen, schickt uns das zu, ist überhaupt kein Problem, dass wir 15 Stunden für euch arbeiten und habt alle einen Dachschaden. Ich verstehe das, also ich habe jetzt schon öfter darüber nachgedacht, ich verstehe das irgendwie einfach nicht, weil, also gut, bei Hunter & Friends ist ja zum Beispiel, klar, die machen das hauptberuflich, aber selbst da, der Verlag hat gesagt, die haben noch nie für irgendwas, für irgendeine Preview, Review Geld bezahlt, wo die quasi Werbung gemacht haben. 70.000 Abonnenten, da steckt 10 Jahre Arbeit in den Kanal. Genau, da steckt 10 Jahre Arbeit drin und auch jetzt, es gibt ja noch andere größere Kanäle, ich verstehe nicht, wie, man steckt doch da so viel Arbeit rein, du kannst mir noch nicht erzählen, dass du das nur machst, weil du Bock drauf hast. Ich meine, die haben ja auch alle noch andere Sachen, die die nebenbei machen und dann sagst du mir, die opfern ihre komplette Freizeit einfach nur zum Spaß, so, keine Ahnung, ich finde das richtig scheiße, wie du schon sagst, es wäre einfach mal eine Maßnahme, die größten 10 Kanäle, sagen einfach mal, das muss ja nicht 50.000 Euro kosten, aber es wird einfach eine bestimmte Summe verlangt, dass halt dieses, in jedem anderen, in jeder anderen Branche ist es so, dass für Werbung Geld verlangt wird und da frage ich mich, ist die Brettspielbranche, ist die noch zu klein, dass da noch so viele Leute einfach... Ist die noch zu retten? Na ist das wirklich, oder gibt es einfach, oder ist die nicht groß genug, dass du sagst, du hast jetzt einen Kanal zum Beispiel mit einer Million Abonnenten Welt mit ein paar Hunderttausend, sondern jeder hat so das Gefühl, dass er was, ach, das hat sich jetzt da gemeint, dann was erreichen kann, selbst wenn es ganz klein ist, vielleicht ist das das Problem. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass da viel halt aus Leidenschaft gestartet wird und die Leute so fokussiert auf ihre Leidenschaft sind, dass sie keine Ahnung von Marketing und Geld haben. Also das ist halt einfach der Effekt. Wahrscheinlich vorher irgendwo angestellt gewesen, nie selbstständiger gewesen, zu wissen, dass eigene Arbeit halt eben auch Geld kostet und dann macht man das halt alles viel aus Leidenschaft und das ist ja auch okay. Wir haben ja auch Projekte dabei, wo wir sagen, die machen wir so, weil da haben wir Bock drauf, das wollen wir machen. Reviews wollen wir auch eben so machen, weil wir uns da nicht für bezahlen lassen wollen. Das ist ja irgendwo auch okay, aber Trotzdem würden wir gerne Geld mit dem Kanal verdienen. Aber gerade so zum Beispiel größere Kanäle, die davon dann auch wirklich schon leben wollen, weil sie das hauptberuflich machen, auch da muss man dann irgendwann sagen, nee, für ein Review nehmen wir Geld, weil selbst das ist ja Werbung für euch. Natürlich ist das Werbung auf jeden Fall. Selbst in Erwähnung ist ja irgendwo Werbung. Und wenn dann so ein Hunter zum Beispiel fünf Spiele die Woche testen muss, naja, dann musst du dich halt dafür bezahlen lassen. Du musst ja irgendwo eine Vorauswahl treffen. Aber auch die anderen Kanäle darunter, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann völlig verstehen, dass kleine Kanäle, also wo wir frisch angefangen haben, wir haben uns über jeden gefreut, der uns auch nur ein Reviewexemplar zugeschickt hat. Klar musst du erst mal in Vorleistung gehen, wenn du versuchst, da was aufzubauen. Aber wenn du dann irgendwo schon einen kleinen Stand erreicht hast und hast eine gewisse Produktqualität, die du zeigen kannst und die haben wir. Wir haben zwar noch nicht die 20.000 Kanäle, aber wir kriegen tatsächlich Anfragen, wo die Leute sagen, boah, eure Intros jetzt, die neuen und so, das ist ja mega, die Kameraslides, was ihr da so macht und das ist ja supergeil. Wir sagen, ja, können wir für dich auch machen, aber das kostet Geld, weil, dass wir das können, das gab es nicht umsonst. Das kam, mein Kumpel hat schon mal 15.000 Euro gekostet. Kumpel hat mich letztens gefragt, so, und was hat es dir kostet, dass ihr da um die Dinger rumsliden könnt? Ich sage, frag lieber nicht. Ja, da guckt jeder immer, wenn man dem erzählt, was so ein kleines Gerät kostet, nur damit du so ein bisschen rumfahren kannst, dann denkst du dir, wie bitte? Das kostet halt normal, wenn es nicht im Angebot ist, ein Tausender, dass wir im Kreis um die Sachen rumfahren können und das ist schon die wahrscheinlich günstigste Variante, wie man dieses Problem lösen kann. Theoretisch kann man sich ja auch die Kamera abhängen im Raum, damit man noch flexibler ist mit einem Motor, aber, ja, also wollte ich nur mal dazu sagen, finde ich ein bisschen komisch, die Einstellung von einer Firma, von einer Firma, die das hauptberuflich macht und anscheinend, aber, ja, die sind halt auch aus Leidenschaft reingegangen und haben keine Ahnung von, wir müssen Werbung machen und haben festgestellt, ey, geil, machen alle umsonst für uns, dann lassen wir das so. Egal, genug drüber abgeraged. Kommen wir zu unserem Hauptthema und zwar, ich hatte Geburtstag. Genau, da wird jetzt hier zelebriert. Happy Birthday to you. Ich habe heute Geburtstag. So, aus welchem Film ist diese Szene, könnt ihr euch sagen? Kleiner Tipp, es wird auf einen Knopf gedrückt, es geht ein Hologramm, erscheint sogar ein Hologramm, nee, ich glaube, nein, nicht, es wird auf einen Knopf gedrückt, es kommt Feuerwerk aus einem Raumgleiter raus und man hört, wie jemand sagt, ich habe heute Geburtstag. So, aus welchem Film? Weißt du es noch? Nee, ich weiß es nicht mehr, also mir kommt es bekannt, aber keine Ahnung, ich bin auch ganz schlecht in so Sachen, habe ich auch letztens gemerkt, wenn es irgendwie um Musik geht, ich kenne diesen Song, ich habe keine Ahnung, wie der Interpret heißt oder wie das Lied heißt. Oder geht's hier wie Franzi. Das ist wirklich krass. Bei der auch wirklich, kennen die gar nichts. Ganz, ganz schlimm, ja und ich habe mir was überlegt und ich würde gerne diese Philosophie mit euch da draußen teilen, weil das ist mal was, worüber man nachdenken sollte. Mein Geburtstag ging mir letztes Jahr so auf den Puffer, weil ich, ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch schon mal angesprochen in dem Podcast, wir werden es aber jetzt einfach nochmal wieder machen, ist ja ein Jahr her. Es ging mir einfach auf den Puffer, dass ich zu meinem eigenen Geburtstag den ganzen Tag in der Küche stand, von früh bis spät, für die Verwandten gekocht habe, gemacht, getan, dann kommen alle, es sitzen einfach unglaublich viele Leute da, was ich dann hasse, deine ganze Verwandtschaft am Tisch, 16, 17, 18 Leute, die Kinder rennen rum und blöken und du bewirtest alle dann ständig, ich will noch einen Kaffee, ich will noch einen Kaffee, steht ja keiner auf und macht sich selber einen Kaffee, das heißt, du bist eigentlich nur am Rotieren, am Abend kam mir noch jemand total blöde, weil ihm was nicht gepasst hat und dann bin ich um 24 Uhr völlig erschöpft gewesen und dachte, boah, das mache ich nicht mehr, es ist doch nicht in Ordnung, das ist mein Geburtstag, warum ist das, ist das so in den Köpfen der Leute drinnen, dass man zu seinem eigenen Geburtstag rotiert wie ein Blöder, es ist auch eigentlich total sinnlos, weil du lädst ja zu deinem Geburtstag die Leute ein, mit denen du reden willst, stehst aber die ganze Zeit in der Küche und arbeitest, während sich die Leute, die sich vielleicht gar nicht so gut kennen, miteinander unterhalten, nur damit du auf den ihren Partys dich dann wieder mit Leuten unterhalten kannst, die du eigentlich gar nicht kennst, das ist total sinnvoll. 100%, ich habe das seit zwei Jahren, mache ich das auch so, das ist halt immer blöd, dass wir nicht direkt nebeneinander, wo ich lade zu einer kleinen Runde, da kommen wir jetzt gleich zu, was du jetzt gemacht hast, aber ich lade auch einfach zu einer kleinen Runde ein, mit den Leuten, wo ich Bock habe, was zu machen, die kommen aus Dresden, die kommen abends hin und wir spielen einfach ein bisschen Spiele und da hat Martin sich halt auch dieses Jahr überlegt, ich lade jetzt einfach mal hier die engsten Freunde ein, wir gucken, dass wir vielleicht sechs, sieben Leute zusammenbekommen und dann machen wir einfach mal einen Social Deduction Tag, muss jetzt nicht Social Deduction sein, aber dann spielen wir einfach mal Spiele, setzen uns da hin, bestellen abends was zu essen, ohne, dass jetzt jemand was kocht, dann macht sich jeder zwischendurch einen Kaffee, wenn er Bock drauf hat und gut ist, also das ist wirklich. Das war auch die Ansage, ich habe gesagt, Kaffee gibt's, könnt ihr euch machen, wann ihr wollt, Getränke sind da, so Bier gibt's, wenn ihr was anderes trinken wollt, bringt ihr das mit und am Abend, ich hatte kurz überlegt, machst du Nudeln, machst du Chili con carne und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, wir wollen Brettspiele spielen, ich will nicht in der Küche stehen, ich will damit keine Zeit verständen, wir bestellen einfach Pizza und dann wird die reingeschlungen und dann werden weiter Brettspiele gespielt. war der Tag, ich fand den richtig, richtig gut. Ja, ich bin also überrascht, dass wir waren dann wirklich auch sieben, na sieben mit Franzi dann, also sechs Leute waren wir tatsächlich, das ist ja aber auch für Social Deduction auch erstmal vollkommen in Ordnung und haben seit ab 14 Uhr gespielt bis um 8.30 Uhr. Ja, geil, also auch selten mal wieder gemacht, aber hat richtig Spaß gemacht. Wir haben am Anfang gesagt, lasst jetzt mal ein bisschen Social Deduction Spiele spielen und einfach ein bisschen was ausprobieren und da haben wir tatsächlich drei verschiedene hintereinander gespielt, da werden euch jetzt ein bisschen was von erzählen, würde ich sagen, weil dafür sind wir ja dafür sind wir da, genau. Wir haben angefangen mit Fated Veil heißt es glaube ich, ne? Veiled Face, andersrum. Veiled Fate, ja. Okay. Das Spiel hat Jan mitgebracht, das hat er auf Kickstarter unterstützt, ist vor einem halben Jahr oder so glaube ich angekommen. Ja. Sehr schönes Artwork, das Spiel, so ein bisschen einzigartig, tatsächlich sehen die Farben so ein bisschen ausgeblichen aus, als hätte man... So pastellig. Also sehr interessant. Ich versuche es kurz zu umreißen, weil das Spiel finde ich am schwierigsten zu erklären. Ja, das stimmt. Ihr habt glaube ich zwölf Figuren, ich sag jetzt mal zwölf, nicht drauf festnageln, ich weiß es nicht genau, aber ihr habt glaube ich zwölf Figuren und die stehen auf einem Board und diese zwölf Figuren können um diesem Board, es gibt insgesamt acht Felder plus neuntes glaube ich, irgendwie so, und in jedem Feld und in jedem Feld kann man Aufträge erfüllen und ihr könnt jede beliebige Figur bewegen und wenn ihr die in so einen Auftrag reinstellt, dann habt ihr die Möglichkeit verdeckt eine Handkarte dazu zu legen, ob der Auftrag, der da erfüllt wird, auf die Weiß, auf Seite Weiß erfüllt wird oder auf der schwarzen Seite erfüllt wird und je nachdem, welche Seite passiert, kriegt die Figur Plus- oder Minuspunkte auf einem Track. Das heißt, ihr stellt eine Figur rein, legt eine verdeckte weiße Karte hin, damit die Figur, die ihr reingestellt, hoffentlich beim Erfüllen des Auftrages auf dem Haupttrack einvorgeht. So ein Auftrag besteht aber immer aus mehreren Feldern, das heißt, es müssen drei, vier oder sogar fünf Figuren in diesen Auftrag reingestellt werden und so dementsprechend viele verdeckte Karten werden hingelegt, dass man am Ende nicht ganz genau weiß, welche Seite gewinnt denn jetzt und dann kommt es teilweise da schon zum Clinch, weil Gordon hat seine Figur da heimlich reingeschummelt, ich hab meine rein und Jan seine und dann hat man noch zwei Karten einfach so wild mit reingelegt und dann wird halt aufgedeckt, du weißt nicht, von wem ist was, sei denn alle Karten sind weiß, okay, dann war es relativ eindeutig, was die Leute wollten, aber war schon mal sehr interessant, weil es stehen halt, wie gesagt, zwölf Spielfiguren rum und man versucht es schon taktisch so zu machen, dass nicht auffällt, welche Figur man ist. Denn es ist geheim, was man selbst ist, das haben wir nicht so gerade klar gesagt, ist Social Deduction, das heißt, man versucht zu verheimlichen, welche Farbe man spielt, versucht aber, diese Figur nach vorne zu pushen, dass man nach diesen drei Ehren, so nennt sich das im Spiel, das Spiel gewonnen hat und dann versuchen natürlich die anderen alle rauszufinden, hat er jetzt gerade die Figur bewegt, die er selber gehört, ist es ein Ablenkungsmanöver, hat er die auch vielleicht mal wieder runtergestellt, um davon abzulenken, dass er diese Figur ist und die anderen pushen die vielleicht mit irgendeiner Aktion mit nach oben und das ist tatsächlich schon, es war eine sehr interessante Sache, man muss hier jetzt einmal dazu sagen, am Anfang des Spiels war noch ein bisschen Chaos, es wurde noch Kaffee gemacht, es wurde sich Kuchen genommen und das hat dem Spiel jetzt nicht zugetragen, am Anfang haben wir auch gemerkt, da wusste niemand überhaupt, wer wer ist, das hat sich überhaupt nicht abgezeichnet, sobald wir dann alle am Tisch saßen, wie bei Social Deduction üblich, sollte man einfach aufpassen, wer was macht, damit man eventuell auch abschätzen kann, welche Figur jeder spielt und dann wurde es auch interessant, dass man halt geguckt hat, wer stellt denn da rein, jetzt kann ich, zum Beispiel habe ich zwei Figuren in einen Auftrag reingestellt und dann gab es halt so eine Spezialfähigkeit, es gab noch ein paar Fähigkeiten, die konnte man auslösen, da kann man die Figuren einfach umtauschen und dann kriegt die eine Figur halt plötzlich Minus und die andere Plus, obwohl ich es eigentlich mir anders gemacht habe. Das war ein richtiger Boss-Move, das war extrem witzig. Das war extrem clever und beim nächsten Mal ist es dann halt so, dann haben wir das alle besprochen, ja man könnte ja theoretisch auch mit Absicht zwei Figuren reinstellen, dass jemand die dreht und halt im Vorhinein zu denken, vielleicht dreht die noch, also das war wirklich super, super interessant und ich glaube, dem Spiel sollte man auf jeden Fall noch eine Chance geben, das war sehr, sehr cool, auch wenn es am Anfang ein bisschen kaotisch war. Ich würde ganz kurz mal, wir gehen gleich weiter mit dem Spiel, einfach nur mal ganz kurz Deduktionsspiel. Als Deduktionsspiel wird allgemein ein Gesellschaftsspiel bezeichnet, in dessen Verlauf die Spieler mittels logischer Schlussfolgerungen einen anfangs unbekannten Sachverhalt aufdecken müssen. So. Und genau. Das ist da auf jeden Fall der Fall. Nur, dass ihr mal eine Definition habt, falls jetzt jemand sagt, ich habe noch nie ein Social Deduction gespielt oder so, ne? Und Social Deduction ist dann, glaube ich, halt einfach, legt noch ein bisschen mehr Wert auf Quatsche, dass man mehr labert am Tisch und Deduktion kann ja auch, also Deduktionsspiel kann ja auch sein, dass man still versucht, da irgendwie was herauszufinden, aber ich würde da gar nicht so einen großen... Das ist ja Deduktion, haben wir gelernt. Ich würde da echt gar nicht so einen großen Unterschied machen. Das ist also, für mich ist das alles Social Deduction. Man redet ja mit dem Gegenüber, man kommuniziert ja mit ihm und da stellt ihm vielleicht falsche Sachen. Darum geht es ja auch in diesen Spielen, dass man sich gegenseitig anlügt, dass man den anderen auf eine falsche Fährte lockt oder, ja, den Eindruck vermittelt, ich wäre bei anderes. Tatsächlich lief das Spiel für mich sehr gut. Ich habe auch gewonnen in dem Spiel, obwohl mein Bruder auch sehr, sehr gut gespielt hat. Ja. Es gab nicht einmal die Vermutung, dass ich den blauen Spieler hatte in dem Spiel. Das war echt gut und mein Spieler ist, der wurde die ganze Zeit passiv in alle möglichen Aufträge immer mit reingezogen und dementsprechend hatte ich es gar nicht so schwer, den Eindruck zu... Also es ist gar keiner auf die Idee gekommen, dass das meiner war. Ich habe ihn ab und zu mal bewegt und habe ihn anscheinend so clever bewegt, dass andere sich immer wieder dazu veranlasst fühlten, ihn irgendwo mit reinzuziehen und habe dann versucht, die Geschicke so zu lenken, dass er ab und zu mal so ein paar Pluspunkte an ein, zwei Enden mitnimmt und das hat echt gut funktioniert und so bin ich ohne das auch nur... Also bei Gordon wusste man am Ende ziemlich genau, wer er ist. Bei Silvio war es relativ schnell klar und bei noch jemand anderem war das ziemlich klar, wer er ist. Aber bei meinem Bruder und mir war es echt gar nicht so richtig klar und wir haben uns da bis am Ende dann durchgewuselt. Das war sehr, sehr spannend. Tatsächlich ist es auch sehr witzig, wenn man es eigentlich zu sechst spielt, kann man auch sagen, zwei Leute spielen zusammen eine Figur, die wissen aber nicht, dass sie zusammenspielen. Das finde ich dann eigentlich noch viel witziger, wenn man anfängt, gleichzeitig eine Figur zu pushen und dann irgendwann feststellt, oh, das könnte mein Partner sein, der pusht da auch ganz schön rein, vielleicht hilft der mir, vielleicht aber auch nicht, wer weiß es so genau. Also, Fated Vale oder Vale Fated? Vale Fated. Naja. War sehr, sehr interessant. Wird auf jeden Fall nochmal auf den Tisch kommen. coole Kiste. Danach, Grüße gehen raus an die Herren von Godot Games und zwar haben wir uns den Prototypen angeguckt von Among Cultists. Kaltists? Among Cultists. Genau, das Spiel habe ich mir angeschaut und die Regeln dazu gelernt. Das ist angelehnt an Among Us, falls ich das sage, das ist ja in der Corona-Pandemie glaube ich sehr, sehr populär geworden, ein PC-Spiel, wo es darum geht, dass in einem Raumschiff verschiedene Figuren sind und einer oder mehrere sind halt die Mörder und versuchen nach und nach alle auf dem Schiff umzubringen, machen das aber heimlich und die anderen Leute versuchen rauszufinden, wer es denn jetzt war mit bestimmten Aktionen und das haben sie hier quasi auf ein Brettspiel umgemünzt. Hier ist es dann so, das ist im Cthulhu-Universum und es gibt Ermittler, je nachdem mit wie vielen Leuten ihr spielt, gibt es halt die Überzahl, die Mehrzahl sind immer Ermittler und dann ein oder zwei Kultisten, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung und der Kultist versucht die Ermittler daran zu hindern, Siegpunkte zu generieren und er versucht natürlich die einfach umzubringen, heimlich und das fand ich halt, wie der jetzt Deduktionsspiel, am Anfang weiß natürlich niemand, wer ist der Kultist, sonst würde das Ganze keinen Sinn ergeben und die Ermittler versuchen quasi Siegpunkte zu generieren und versuchen aber gleichzeitig rauszufinden, wer denn der Kultist ist und das war richtig spannend, muss ich sagen, jetzt was war da, also da war richtig viel los am Tisch. Also die erste Runde, da können wir dann auch, wir haben dazu ja einen Einspieler, aber den machen wir dann, wenn wir unser Preview dazu machen, die erste Runde war, saß ich am Tisch und dachte, war das jetzt wirklich so spannend und dann habe ich so Revue passieren lassen und festgestellt, wir haben echt viel geredet und uns beschimpft bei dem Spiel und uns den schwarzen Peter zu die Schrom-Vermutungen angestellt und ja, was willst du mehr von einem Social-Deduction-Game erwarten, also es wurde nur gelabert, die ganze Zeit, das war schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und da muss man jetzt auch mal, da hat Markus, dein Bruder, hat auch einen krassen Move gebracht, also bei mir zum Beispiel, denn wenn man in einem Raum sich zusammen begibt, zwei Personen und solange das Licht an ist, findet eine Begegnung statt, dann tauscht man, auch wenn es aus ist. Stimmt, auch wenn es aus ist, das ist aber auch bei mehr Leuten so, also sonst nur, wenn zwei Leute sich treffen, wenn das Licht aus ist, auch mit mehreren Personen, weil es quasi, man sonst niemanden ungesehen ermorden könnte und man tauscht dann quasi Karten aus, die auf ein Pulsdeck gelegt werden, das bestimmt, ob man tot oder lebend ist. Das heißt, wir sagen jetzt mal, Markus wäre der Kultist und kann mir halt verdeckt eine Karte geben, er könnte mich damit umbringen, ich weiß es aber in dem Fall nicht und ich bin auch so lange lebend, bis ich quasi, bis irgendjemand mich kontrolliert und mein Deck durchsucht und guckt, ob ich gestorben bin. Und tatsächlich war es diesmal, ich habe Markus dreimal getroffen und danach wurde ich kontrolliert, ich war immer noch lebend, da habe ich dann gedacht, naja, Markus ist ja nicht der Kultist, der hat mich ja die ganze Zeit am Leben gelassen und der hat das wirklich so einkalkuliert, weil er mich so oft getroffen hat, hat er mich leben lassen und war ganz am Ende der Kultist in der ersten Runde. Das hat mich extrem überrascht und wir haben alle gedacht, wer ist es denn nun? Dann hat er echt am Anfang, hat man ein bisschen gedacht, da ist es, aber dann hat er so gut von sich abgelenkt, dass wir dann so lange überlegt haben, das war super interessant. Ja, war gut gespielt, keine Frage, hat er verdient gewonnen, die erste Runde, kann man nicht anders sagen. Ich finde, also man muss diese, diese Grundmechanik ist halt wirklich interessant, dass man tatsächlich Leuten das in ihr Pulsdeck reinmischt und die nicht wissen, ob sie noch leben oder nicht leben und wirklich erst, wenn das kontrolliert wird, man feststellt, okay, der ist gestorben und dann fängt man nämlich an, wenn man dann jetzt Gordon zum Beispiel kontrolliert, guckt in sein Deck, da sind sechs Karten drin, also er ist sechsmal Leuten begegnet, ne, fünfmal, einer ist von Grund auf drin und er ist gestorben. Einer davon hat ihn umgebracht. Es wird vorher gemischt, damit man die Reihenfolge nicht mehr nachvollziehen kann und dann guckt, dann überlegt man, okay, warte mal, in welchem Raum war Gordon? Wem ist er begegnet? Wie oft ist er jemandem begegnet und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werder von der Mörder ist? Und dann fängt man an, das so zu rekapitulieren und dann zu überlegen, wer könnte ihn umgebracht haben und dann kann man auch ein Voting an den Start bringen, wo man tatsächlich sagt, okay, wir bringen einen um. Freut sich der Kultist natürlich, wenn man den Falschen umgebracht hat. Ja, das hilft ihm natürlich. Das ist halt echt schon eine krasse, Ansage. Ja, super interessante Kiste. Ich würde an der Stelle gerne mal auf eine Sache eingehen. Das Spiel und eine kleine Situation vor dem Spiel war wieder so sehr interessant, vor allem auch so in so großer Runde. Es gibt Menschen, die, oder was heißt es gibt Menschen, das kann mir ja auch passieren, also so manche Sachverhalte versteht man einfach nicht. Egal wie schlau oder wie dumm man ist, es gibt Sachverhalte, die kann man nicht nachvollziehen, die rafft man irgendwie nicht, egal wie gut sie einem erklärt werden. Und wir hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, mein Bruder hat den Film 21, guckt er gerade, und da geht es ja um diesen Sachverhalt, wenn du drei Umschläge hast und du entscheidest dich am Anfang für einen und der Game Master entfernt einen anderen, was machst du? Entscheidest du dich um oder bleibst du bei deinem Umschlag? Und du sagst, nein, ich entscheide mich um und bedanke mich für die zusätzlichen 33 Prozent. Das konnten drei Leute meinem Bruder nicht verständlich erklären, warum es schlau ist, sich umzuentscheiden und die Wahrscheinlichkeit zu siegen hilft. Wenn ihr das auch nicht versteht, guckt euch den Film an. Ja, da erklären wir es auf jeden Fall. Und genauso hat Silvio nicht verstanden, also der hat so ein Problem damit gehabt, dass die Spieler tot sind, aber nicht tot sind, wenn sie nicht kontrolliert wurden. Also diese Sinnhaftigkeit hat er so krass hinterfragt. Für mich ist das okay. Natürlich ergibt es keinen Sinn, dass ich jemanden umgebracht habe und der das nicht merkt und noch weiter mitspielt. Und welches Thema willst du darüber bügeln, um das zu verkaufen? Nein, wir sind hier bei Cthulhu. Das ist okay, das Thema. Das wurde okay gewählt. Und da muss man dann einfach sagen, okay, diese Spielmechanik muss man einfach von der reinen Logik muss man die loslösen. Es geht nicht anders. Man kann es nicht anders auf dem Board umsetzen. Es ist aber eine sehr, sehr coole Idee, um es umzusetzen. Aber damit hat er so arge Probleme gehabt in diesem Spiel, dass er die Spielmechaniken irgendwie nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ja. War krass. Ließ ich ihm auch nicht logisch erklären. Also, er kann es ja nicht logisch erklären, aber ... Du kannst es nicht logisch erklären, aber das Spielmechanik finde ich sehr gut gemacht. Also ich fand, das ist eine super Lösung, weil ich habe mich gefragt, wie lösen sie das bei dem PC-Spiel? Klar, da kann irgendjemand in irgendeinen Raum laufen, weil jeder sitzt an seinem eigenen PC und dann kann jemand umgebracht werden. Aber hier sitzen wir alle an einem Tisch und wir sehen ja auch, wer sich begegnet. Das heißt, wir müssen dann wirklich einfach rausdiskutieren, wer könnte denn das jetzt gewesen sein? Aber es ist halt verdeckt. Also das haben sie sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Und dann auch wirklich erst, wenn jemand kontrolliert, dann wird halt geschaut. Und da muss man wirklich überlegen, was jetzt sinniger ist, wen zu kontrollieren. Ja. Da haben wir wirklich auch am Tisch philosophiert, ist das jetzt die sinnvollere Variante? Ist das jetzt die sinnvollere Variante? Und ich finde allein schon, wenn es ein Spiel halt über was schafft, dass man wirklich lange diskutiert, dann ist es ja schon mal ein Erfolg. Und da werden wir auf jeden Fall das Ganze noch weiter probieren. Und ich bin auch gespannt, wie sie das Ganze immer jetzt in Prototypen gehabt haben. Ja, in einem Material. Und da bin ich gespannt, wie sie das Ganze optimieren. Aber so vom Grundsatz von der Mechanik her haben sie das erst mal schon sehr, sehr gut aufgerollt. Und ich denke mal, das wird eine erfolgreiche Kampagne werden. Wir werden an ein, zwei Stellen noch mal mit Stefan Godot Rücksprache halten, weil ein, zwei Sachen waren uns noch nicht so ganz klar. Und dann werden wir mal gucken. Aber du hast die Anleitung gelesen und hast gesagt, du hast recht oft gelesen und man hatte trotzdem das Gefühl, du warst nicht optimal vorbereitet, weil du wieder Probleme gehabt hast. Irgendwie so ein bisschen. Und dabei ist das Spiel eigentlich gar nicht so kompliziert. Nee, ist es gar nicht. Muss man mal gucken, vielleicht, wie man da noch mitwirken kann. Ganz wichtig ist, glaube ich, einfach, also es gab so ein Blatt jetzt einfach mit einer Übersicht, einfach eine Übersichtskarte, wo alles draufsteht, was man machen kann. Weil es ist grundsätzlich nicht kompliziert, aber am Anfang muss man einfach die Optionen wissen, die man quasi in jedem Raum, es gibt verschiedene Raumaktionen, es gibt verschiedene Charakteraktionen. Wenn es einfach so eine Tarotkarte gibt, wo das einmal draufsteht, was man machen kann, erleichtert das Ganze, glaube ich, ungemein. Aber es war auch ziemlich viel Blatt wieder, was du da ausgedruckt hast, mit ziemlich vielen Textblöcken. Das wird halt in anderen Spielen mit drei Symbolen abgebildet. Das ist, ja, Stefan, wende dich einfach an uns, wir machen dir eine Anleitung dafür. Oh Gott, ich mache es nicht, das macht Martin nicht mehr raus. Okay, und dann haben wir als nächstes Spiel haben wir Feed the Kraken auf den Tisch gepackt. Ein Spiel, bei dem ihr eine Crew seid aus Seglern, Piraten und einer ist der versteckte Kultist und man versucht mit dem Schiff halt Richtung seines Hafens zu schippern. Der Kultist versucht, andere Leute zu infizieren und auch zum Kultisten zu machen. Das ist wieder Kultist. Ist mir gar nicht nacheinander. Ich bin gar nicht aufgefallen, dass ja beide Kultisten sind. Witzig. Ja, okay. Versucht die Leute, versucht sich selber dem großen Kraken zu opfern. Wenn die Leute das nämlich tun, dann hast du gewonnen. Ja, Leute infizieren und auch den mittleren Hafen und die Piraten versuchen, auf die Piratenseite zu kommen. Das Spiel ist unglaublich schlau gelöst. Wir haben beim Spielen auch festgestellt, klar, die Segler sind krass in der Überzahl mit vier Leuten. Die Piraten sind nur zu zweiter Kultist alleine und trotzdem hat in beiden Spielen das Schiff einen relativ guten Mittelweg genommen. Das haben die echt gut hinbekommen, weil es gibt halt nicht so viele Seglerkarten. Dafür gibt es halt deutlich mehr Segler. Jan hat zwischendurch noch einen Kommentar rausgehauen. Es ist ja nur noch eine Seglerkarte drin, mit der die Segler gewinnen können. Das hatte ich so gar nicht. Also die haben sich das schon schlau überlegt. Es gibt sechs Felder, die man braucht, um beim Segeln oben reinzukommen und es gibt nur sechs Seglerkarten. Aber Piratenkarten gibt es deutlich mehr. Dafür sind die Piraten viel weniger und sehen sich am Anfang. Die Piraten wissen, wer miteinander spielt. War echt interessant. Hat Silvio tatsächlich auch hart gefeiert, weil er meinte, das holt mich vom Thema ab, das ist alles logisch und es ist auch super einfach, wieder zu verstehen, was man zu tun hat. Das habe ich von ihm schon ewig nicht mehr gehört, dass ihm das Spiel gut gefällt. Okay, ja. Viel zu kranken hat auch richtig Spaß gemacht. Wenn man sich dann da auch zwischendurch die Zunge rausschneiden kann, dann kann einer nicht mehr mitsprechen. Da ist das dann schon richtig eskaliert. Jan, mein Kumpel, hat mir quasi dieses Plättchen gegeben zum Zunge rausschneiden, dann durfte ich nicht mehr reden. Das hat mich so übel angemoppelt. Da habe ich erst mal mein Handy aufgemacht, habe bei Google eingegeben, Text to Speech und habe dann so eingetippt, Jan ist ein olles Sackgesicht, der ist bestimmt ein Pirat und habe dann auf Play gedrückt. Dann hat das eine Computerstimme vorgelesen und alle am Tisch haben hart gefeiert. Das war geil, ja. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Zweite Runde tat mir fast ein bisschen leid, muss ich sagen. Die zweite Runde hat angefangen und relativ am Anfang hat, Jan war der Kultist und der hat sich verplappert. Der hat sich hart verplappert. Man hat ihm angemerkt, dass er so dieses, ich spiele alleine und bin die Schlange am Tisch. Das ist er nicht gewohnt gewesen. Jan ist ein Teamplayer und dieses alleine und ich bin die Schlange am Tisch war er nicht gewohnt und es gab einen kleinen Moment, wo er einfach nur kurz hätte den Mund halten müssen und er hat gelogen. Er hat einfach gelogen, aber die Liebe war so offensichtlich. Ja, es hat sich mit jemand anderem widersprochen halt. Genau, aber alle anderen wussten, dass der andere recht hat und es hat sich so widersprochen und man hat es an seinem Gesichtsausdruck gesehen. Dann hatte ich noch eine Möglichkeit, ihn zu kontrollieren und ich habe tatsächlich echt überlegt, ob ich offen sage, ja, wenn man jemanden kontrolliert, was er ist, kann man behaupten, was man will. Ja, und ich habe halt gesehen, dass er der Kultist ist. Genau das, was ich vermutet habe. Alle am Tisch haben mich angeguckt und was ist es? Und ich habe überlegt, ob ich es jetzt sage, weil ich wusste, ich werde ihm damit das ganze Spiel versauen. Aber alle am Tisch haben mich angeguckt. Also ich musste es ja auch quasi sagen. Es ging ja gar nicht anders und man hat Jan auch die Enttäuschung im Gesicht angesehen. Er hat sich übel geärgert. Er hat wirklich am Ende noch so ein bisschen spaßmäßig die Kurve gekriegt, aber es hat ihm das ganze Spiel versaut. Er hat aber danach fairness halber gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich da gelogen habe. Das war so dämlich. Hat er gesagt, das war so aus dem Effekt. Hat er gedacht, jetzt muss er irgendwas sagen und dann hat er es raus. Hat er Müll gesagt. Das ist halt das Witzige bei so einem Social Deduction-Game. Kannst du mit dem Druck umgehen. Wenn alle dich vollquatschen und alle dir blöd kommen, bist du einfach ruhig, sagst du gar nichts, versuchst du zu lügen, versuchst du andere zu beschuldigen. Mein Bruder hat ja bei Mon Caltes zwischendurch, habe ich einmal so gedacht, er müsste es sein, weil ich habe ihn beschuldigt und er wollte zurückbeschuldigen und fing an zu stottern und das passiert ihm eigentlich nicht. Das war eigentlich so das eindeutigste Zeichen dafür, dass er es sein müsste, weil ihm ist nichts eingefallen, was er Schlaues hätte sagen können. Das ist bei Social Deduction schon witzig, wenn man die Leute mit so Sachen konfrontiert. Also Feet the Kraken hat mit sieben Leuten, also wir haben es auch schon mal zu fünft und zu sechst gespielt, da nimmst du nur die kleine Karte, ist das Spiel relativ schnell vorbei. Bei sieben nimmst du schon die große Karte, da fährt das Schiff länger, mehr Interaktion, es passiert mehr. Ich weiß noch, die zweite Runde ganz am Ende, man kann ja meutern, wenn man mit dem aktuellen Käpt'n nicht einverstanden ist. Der Käpt'n hat vor der letzten Bewegung, glaube ich, fünfmal den Besitzer gewechselt, das war so witzig. Es war aber auch richtig wichtig, also das war wirklich eine, also es war ultra knapp bei der zweiten Runde, das war so spannend. Ja, nein, ich bin jetzt Käpt'n, nein, ich bin Käpt'n, ich bin Käpt'n, ich bin Käpt'n und dann am Ende, okay, jetzt bin ich Käpt'n, wen wähle ich jetzt aus? Wer ist jetzt mein Navigator und wer ist mein Leutnant? Ja. Der kann nicht, der kann nicht, bei dem weiß ich, hier ist eine Schlange, aber scheiße, was mach ich denn jetzt? War super spannend, es hat wirklich ultra viel Spaß gemacht. Alle drei Spiele, ich würde die auch ungern jetzt einranken wollen, weil die haben alle drei ihren Platz gehabt an dem Abend, die haben alle drei richtig Spaß gemacht und waren wirklich coole Social-Deduction-Games, kann ich alles nur empfehlen. Feetze-Cracken würde ich die Deluxe-Variante empfehlen, weil die Box, die man kriegt und die Komponenten sind schon so gut, dass ich sage, ich glaube, das macht auch nochmal ein Stück weit was vom Spielspaß aus, auch dass man dieses Ruder da drehen kann an dem einen Token, alles sehr, sehr cool. Er fetzt schon. Und er hat so, Gordon auch im ersten Spiel, der hat sich so gut verkauft, ich hab ihm das so abgekauft, dass er mein Mate ist und dann war er ein Pirat, das hat mich richtig geschockt, muss ich sagen. Ja, ja, das ist auch wirklich so, da war, du sagst, mit Druck umgehen, das war wirklich, ich war halt Pirat und da musst du halt, da hast du so einen gewissen Druck, weil du bist halt, wir waren so zweit als Piraten in dem Fall und als Pirat weiß man, wer sein Kumpane ist und das ist halt super schwer, vor allem, wenn Silvio war der andere Pirat und Silvio wurde halt super schnell entlarvt. Das heißt, du hast eigentlich niemanden mehr, der dir weiterhilft bei der ganzen Sache und das ist halt schwierig und da hab ich einfach nur versucht, bis zum Ende das Gesicht zu bewahren. Hat er echt gut gemacht. Das war wirklich spannend. Beim zweiten Mal war ich halt Segler, da hatte ich so, oh, ein bisschen Druck abgefallen, ich dachte so, oh, da kannst du mal ganz entspannt machen. Also, auf richtiger Boss-Move im zweiten Spiel war wieder Silvio Pirat und Watschel war halt auch Pirat und Silvio fing an, sich zu verplappern. Der ist nicht mehr mit dem Druck klargekommen, der hat immer mehr geredet und immer mehr als Piraten zu entlarven und da ist Watschel auf so ein Feld raufgerutscht und hat Silvio einfach die Zunge rausgeschnitten. Watschel war das denn? Watschel hat Silvio die Zunge rausgeschnitten, weil er gesagt hat, der war doch dabei, sich zu verplappern. Das ging gar nicht, ich musste was tun. Geil, ey. Dann hat er seinem Mate die Zunge rausgeschnitten, damit er auf der Zillah war. Das war so gut, ey. Es waren wirklich viele spannende Sachen dabei und abgerundet, haben wir noch kurz, das passt noch rein, oder? Ja, ja, haben wir noch. Haben wir noch und abgerundet haben wir das Ganze, als sich die Runde dann aufgelöst hat. Wir haben übrigens Gin mit, wie heißt es, mit Ginger Beer getrunken. Hat Watschel angerührt, Mule oder so heißt das, glaube ich. Gin Mule bestimmt, oder? Ja. Er war echt gut. War wirklich lecker. Watschi, vielen Dank. Er hat das extra mitgebracht, weil er mir eine Freude machen wollte und hat dann auch immer wieder angemixed. Ey, war super lecker. Sieht der Katzen doch so ein Riesengläser, das sah echt geil aus. Ja, die haben wir letztens erst gekauft, weil ich so viel Gin trinke. Haben wir gesagt, komm, wir holen uns jetzt mal. Aber echt gut. War auch immer ein gutes Level gehabt. Nie betrunken, immer ein gutes Level. Und dann haben wir nachts um halb zwei, als sich die Runde dann aufgelöst hat, haben wir gesagt, ach komm, irgendwas müssen wir jetzt noch zocken. Wir waren da tatsächlich nur noch zu viert. Und dann habe ich gesagt, komm, Dwellings of Elder Vale hole ich raus. War mal wieder ein extrem witziger Moment, wie ich das so aufgebaut habe. Alles hingestellt, das Spiel ist verhältnismäßig schnell aufgebaut und vorbereitet. Und Gordon hat die ganze Zeit so seinen Kopf kaum halten können, die Augen so auf halb gewesen hat, dazu geguckt. die ihm ein Kissen hinschieben muss, damit sein Kopf nicht auf die Tischplatte einschlägt. Und er hat die ganze Zeit so verpennt auf diesen Tisch rauf geguckt, dass ich dachte, rafft der überhaupt was? Hört der mir überhaupt zu? Also wirklich, ich habe beim Erklären gedacht, du hörst mir gar nicht mehr richtig zu. Da werden jetzt ohne Ende Fragen kommen und du wirst das Spiel überhaupt nicht mehr raffen. Du hast geguckt, als ob du gleich einschläfst. Und dann bin ich fertig mit meiner Erklärung und Gordon guckt so hoch mit seinen völlig verpennenden Augen und meint so, ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Es ist halt auch überraschend, überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Ich habe einfach nur mich, ich habe nur zu gut zugehört, weißt du, ich brauche ein bisschen entspannt dabei. Fokus. Ja. Und kamen auch nicht viele Fragen auf, muss man sagen, bei dem Spiel. Es ist wirklich super. Und dafür, du magst ja Worker Placement eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig doll, ne? Das ist okay, ja. Aber das Spiel ist ein Worker Placer, aber er verkauft sich anders, weil das Worker Placement ist kombiniert mit Area Control, indem ihr eure Worker auf Felder auf dem Tisch platziert, wo halt zum Beispiel Gegner drinstehen, dann wird sofort gekämpft oder auf Nebenfeldern von Gegnern, immer benachbart zu euren eigenen Feldern. Es kann auch passieren, dass Monster in euer Feld mit reinkommen, dann müsst ihr kämpfen. Und es gibt insgesamt acht Elemente, die in dem Spiel dabei sein können, die auch alle extrem unterschiedlich sind von dem, was sie mitbringen. Die ganzen Fraktionen sind unterschiedlich, nur kleine Kniffe, aber die ändern schon teilweise die Spielweise sehr. Und das ist schon cool, ob ihr euch jetzt das Feuerelement reinholt, um mehr kämpfen zu können, das Waldelement, um mehr aufbauen zu können. Und die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich muss auch sagen, wir haben jetzt wieder zwei Runden gespielt, wir haben nicht am nächsten Tag dann nochmal eine nachgespielt. Dwellings of Elder Vale ist schon ein richtig, richtig gutes Spiel, muss ich sagen. Es ist verhältnismäßig einfach, spielt sich fluffig schnell runter, so nach zwei Stunden bist du durch, obwohl es inhaltlich echt viel hergibt. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Kampfsystem. Da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Ja, wir haben am nächsten Tag in unserer zweiten Runde, ich hätte im Strahl kotzen können. Man würfelt halt aus. Und man guckt, also wenn der Gegner jetzt drei Würfel hat und ich habe fünf, beide Würfel, dann guckt man, wer hat die höchste Zahl. Ah, beide haben eine sechs. Wer hat die zweithöchste Zahl? Aha, der eine hat eine vier. Der andere, da ist die drei, die zweithöchste Zahl. Also hat der mit sechs und vier gewonnen. Und dann beim zweiten Spiel gestern, ich bin am Anfang, ich habe mir das echt schon so gemacht, dass ich, ich hatte einen Krieger und dieser Krieger hatte die Fähigkeit, wenn der in den Kampf reingezogen wird, dann darf ich einen Würfel von vornherein auf sechs drehen. Oha. Das ist schon mal keine schlechte Fähigkeit. Und dann habe ich gleich am Anfang, bin ich mit drei Viechern in den Kampf rein gegen einen Monster, was vier Würfel hat und ich habe sechs Würfel damit gehabt. Also sechs Würfel gegen vier und ich konnte einen Würfel auf sechs drehen. Was macht Jan? Würfelt mit den vier Würfeln, drei davon sind es sechs. Das ist halt Würfel, ne? Muss man halt sagen, da ist halt das die Schwachstelle von dem Spiel. Also hätte man sich irgendwas noch ausdenken. Klar, es gibt auch Karten, damit kann man die Sachen beeinflussen oder wie du gerade auch sagst, da gibt es halt auch Figuren, die Sachen beeinflussen, aber irgendwie ist es dann doch zu, also es ist nicht scheiße, aber es ist halt einfach nur Würfeln. Und da kann man halt, muss man einfach nur darauf gefasst sein, es kann einfach auch richtig scheiße laufen, es kann dich auch, du kannst auch vier Würfel haben, machst zwei Dreien, eine Zwei und eine Eins und der andere macht eine Sechs und hat dich halt geschlagen. Mit einer Figur gegen fünf, ja. Kann halt einfach passieren in dem Spiel. Das ist wirklich bitter, ne? Das Einzige, was dann halt im Laufe des Spiels dann in den meisten Fällen kommt, ist, der Würfel gibt es, der Würfel nimmt es. Also tatsächlich haben gegen das Monster dann auch, hat Jan einmal gekämpft relativ am Anfang und Watschel einmal und die hatten ähnlich gute Konditionen und wurden aber auch beide von dem Monster weggeklatscht. Dadurch waren die Bedingungen wieder ausgeglichen. Hätten sie sich das an sich aber geklemmt, hätte ich Probleme gehabt, hinterher zu kommen. Weil ich habe für diesen ersten Kampf wirklich viel investiert und es hat nicht geklappt und das war dann wirklich bitter. Aber grundsätzlich ist Dwellings of Elderwell ein richtig, richtig gutes Spiel und auch Gordon war total begeistert, weil das sich deutlich komplizierter vorgestellt hat, als es am Ende war. Tatsächlich. Wir haben noch zwei Minuten Aufnahmezeit, Martin. Was sagst du? Kriegen wir das jetzt noch weggewuppt? Machen wir das jetzt Schluss. Kriegen wir noch weggewuppt. Also können wir auch empfehlen, wird es auch mal ein Review zu uns geben. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden es aber auch zeitnah halt einfach nochmal spielen. Ich war aber auch sehr überrascht, dass dir das gefallen hat, habe aber gesagt, dass ich denke, dass es so ist, weil es wird ein bisschen mit Würfeln und allem drum und dran. Ja, das war mein Geburtstag. Das ist auf jeden Fall mal ein fettes Event gewesen. Wir haben halt auch wirklich das erste Spiel einmal gespielt, dann immer ein kaltes zweimal, zweimal viel zu kraken. Am Ende noch Dwellings of Elderwell, also wirklich von um zwei am Nachmittag bis nachts halb vier. Das war einfach so richtig bocken. Ich war auch richtig im Arsch. Ich habe bis um zwölf geschlafen auch, ich war richtig durch. Aber hat sich gelohnt, war richtig cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Okay, alles klar. Habt nochmal von uns mal eine andere Aufstellung gekriegt von Social Deduction Games. Wenn da für euch was dabei war oder ihr dazu noch Fragen habt oder sagt, beim nächsten Mal sollte folgendes Spiel dabei sein, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare rein. Auf YouTube. Wenn ihr das nicht könnt, weil ihr das über eine Podcast-Plattform hört, dann habt ihr aber die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben. Das wäre nämlich total cool, weil dann können uns immer mehr Leute zuhören. Ansonsten bleibt dran bei unserem Kanal mit einem Abo. Es werden jetzt, wie gesagt, einige Videos kommen zu aktuellen Spielen. Zeitnah Endless Winter. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Genießt die erste aufkommende oder die zweite Adventszeit, die jetzt ja schon dann aufkommt. Und wir wünschen euch allen noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Hier bei All About Brett von Miepel. King. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. D Jeffreyiós. Tschüss. 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 The Greatest. Tschüss. Tschüss. alles znIt wird númeroLome dont milligrams and CNN southuuuu nie définitive lömed וט eelんだ, Vielen Dank.